Hi zusammen, der Stefan von seinem YouTube-Kanal Stefan123321 hatte vor kurzem in einem seiner Videos zu einer VA aufgerufen und zwar zeigt all eure Messer mit Holzgriffen bzw. Holzgriffschalen. Ja, und das werde ich in diesem Video mal tun. So, ja, bevor es jetzt losgeht, ich hatte mal einige Messer mehr mit Holzgriffen. Mittlerweile sind es halt nicht mehr so viele, deswegen wird das jetzt auch kein so langes Video. Ich werde zu dem Messer immer ein bisschen was erzählen, ne, eine kleine Background-Story. Und ja, insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich hier jetzt 1, 2, 3, 4, 8 Messer liegen. Ne, ein paar EDC-Messer, ein paar Waldmesser und ich würde sagen, ja, lege ich einfach direkt mal los. Fange ich einfach mal mit meinen Buschkraftmessern an. Da hätten wir als erstes das Joker Arui 9. Dieses Messer habe ich auch schon vor, ich glaube, 2 Jahren ist es jetzt mittlerweile her, in separatem Video vorgestellt. Das Messer gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen, 3 verschiedenen Klingenlängen, 9, 10 und 12 cm. Das ist die kleinste mit 9, ja, und das ist einfach ein Messer, das ist supergeil. Also optisch, technisch ist echt ein super schönes EDC oder beziehungsweise Buschkraftmesser, Hauptmesser, Backupmesser, Buschkraft, EDC-Messer, wie man will. Ey, super Handlage, so schlicht und einfach wie es ist. So geil ist es auch, ja, auch mit der etwas bauchregen Klinge. Ja, jetzt kriegen einige wieder eine Schnappatmung, weil die Klinge jetzt nicht hier super schön ist und das Messer ja nicht gepflegt ist und so. Aber, ja, für mich sind solche Sachen hier Werkzeuge, ja, Werkzeuge werden bei mir auch benutzt, ja, abgesehen davon, dass ich sie euch in Videos vorstelle. Ich benutze die Messer auch tatsächlich, ja, Leute, die mich privat kennen oder meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen das auch. Ja, ich bezeichne mich auch als Buschkraftverdauer, weil ich auch schon wirklich Sachen in den Wald gepflanzt habe, ja. Nicht in den Wald gehen, einen Tee trinken und sagen, man ist Buschkraftverdauer. Das ist für mich kein Buschkraftverdauer, ja, also man sollte auch schon mal irgendwie ein Lager bauen, ein Shelter bauen. Ihr wisst, was ich meine, aber das ist jetzt hier nicht das Thema, schweife ab, kommen wir zurück zum Thema. Ja, ist auf jeden Fall ein super Messer, um die 30 Euro, also da macht man eigentlich echt gar nichts falsch mit Joker allgemein. Macht sehr schöne Messer, ich hatte auch das, keine Ahnung, wie es jetzt heißt, an sich auch ein sehr, sehr schönes Messer. Ich habe hier noch einen Joker liegen, da kommen wir gleich zu und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich werde zu den Messern, wo ich einen Link zupacken kann, werde ich euch in die Videobeschreibung mit reinpacken, das ist absolut kein Problem. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich die überhaupt hier alles draufkriege. Das wäre auf jeden Fall das erste Messer, auch hier mit einer sehr schönen Scheide. Bei mir ist leider direkt am Anfang hier das schon abgegangen, das hat sich gelöst, das war wohl nicht so gut vernäht. Ich habe es einfach mit Sekundenkleber festgeklebt und hält, funktioniert. So, kommen wir direkt zum nächsten Messer. Das nächste Messer ist von Omnesio, das ist ein Haumesser meiner Meinung nach. Das hat keinen speziellen Namen, aber von der Form her und der Art und Weise, wie ich es zumindest verwende, ist es für mich ein Haumesser, mit einer dickeren Klinge. Von der Form her, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Und das Messer hat sich echt bewährt, was ich damit schon alles angestellt habe. Ich habe damit schon auf Sträucher rumgekloppt, auf Holz rumgekloppt, auf Äste, auf Stämme und, 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 und. Und das Messer hat kleine Klingenausbrüche oder sonst irgendwas, weil man ja vielleicht dann eher denken würde, China-Marke, Omnesio und so, aber die machen echt gute Messer, muss ich sagen. Auch das Messer, ich glaube, 35 Euro oder so kostet das im Schnitt. Und ist auf jeden Fall ein super geiles Teil, habe ich sehr gerne dabei, auch wenn ich zum Beispiel den ganzen Sommer, habe ich Gartenarbeiten gemacht für den Fußballverein hier bei uns im Ort. Ja, da habe ich das auch sehr häufig dabei gehabt und hatte das im Einsatz, um, ja, Sträucher klein zu kloppen, ne, die dann im Weg waren, wenn ich da Grünpflege gemacht habe und so. Und, ja, ist ein Messer, was ich sehr gerne auf jeden Fall auch im Wald dabei habe. Wenn ich weiß, es muss mal was gehackt werden und man hat keinen Bock, jetzt ein kleines Ball mitzuschleppen oder so, ist das hier auf jeden Fall eine super Alternative. Ja, lohnt sich. Auch das kommt hier mit einer Lederscheide. Ja, also echt schick auf jeden Fall. So, das dritte Messer, das habe ich seit letztem Jahr, wo wir bei Mike auf einem Autotreffen waren, auf unserem Buschcrew-Treffen letztes Jahr. Da hatte der ja so einen ganzen Karton Messer dabei und, ja, das hat mir gefallen. Fand ich nicht schlecht. So, einfach irgendein, ja, No-Name-Messer von einem pakistanischen Messerhersteller. Kein Branding drauf oder sonst irgendwas. Ich weiß auch, kein Stahl, weiß ich nicht, gar nichts weiß ich davon, ja. Wenn ich jetzt nachmessen würde, könnte ich euch die Maße sagen, der Klinglinge und so, das war er aber auch, ne. Ja, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe das Messer gekauft und seitdem nicht einmal dabei gehabt. Das war so ein, ja, an dem Moment fand ich es toll, ja. Mike hat mir da noch einen guten Preis gemacht, habe ich es einfach gekauft, aber ich hatte es bisher nicht ein einziges Mal dabei. Wieso? Weil das Messer an sich cool ist, aber die Hülle leider nicht so toll. Also, optisch jetzt ist okay, aber das ist, der hält gar nichts. Das ist, ja, so, einfach mal gar nichts. Auch das ist sehr, sehr stramm, ja. Mit dem Outdoor-Ledergürtel komme ich da nicht durch. Also, das ist echt mal nüß. Ja, wenn ich dafür eine bessere Lederscheide hätte, wo das Messer richtig schön drin sitzen würde, würde ich das auch hin und wieder definitiv mitnehmen. Aber, ähm, ich würde das sowieso einfach mal richtig rannehmen und mal testen, ne, was diese pakistanischen Messermacher da so fabrizieren, ob sich das lohnt, ne. Und, ja. Ne, auf jeden Fall aber an sich auch ein sehr gutes Messer. Also, ein schönes auf jeden Fall praktisch, wie gesagt. Ich habe da bei Mike beim Treffen mal ein bisschen mit rumgeschnitten und so, das war dann aber auch. So, und jetzt kommen wir zu Klappmessern. Womit fangen wir denn an? Ähm, ja, ich hatte ja eben gesagt, ich habe noch ein Joker-Messer. Und da habe ich das hier. Das ist Nummer 23. Sehr schön. Auf jeden Fall. Es wird oft mit Opinel verglichen, wegen dem Verschluss. Aber abgesehen von dem Verschluss, haben die Messer überhaupt gar nichts gemeinsam. Wieder Griffform, Klingform, ja, oder Material. Also, da ist echt nur die Verriegelung, ne. Ein sehr schönes Messer, was sehr gut in der Hand liegt, auch relativ günstig ist. Mit um die 12 Euro, ja. Also, preis täglich nicht schon wie Opinel in die Richtung. Aber auch hier das Holz und so. Das ist einfach sehr schick. Gefällt mir optisch sogar besser wie Opinel. Muss ich einfach ehrlich sagen. Ja. Auch sauscharf. Muss man auch tierisch aufpassen. Lohnt sich auf jeden Fall auch das Messerchen. Auch richtig schön. Das hatte ich auch mal in einem separaten Video vorgestellt. Genau wie das Omnesio. Ne, wo wir gerade schon beim Opinel vergleichen sind. Hier das nächste Messer direkt hinterher. Opinel Nummer 8. Klassiker. Der in keiner Messersammlung fehlen sollte, meiner Meinung nach. Und ihr seht es hier, die Verriegelung ist dieselbe. Ich zeige euch das jetzt mal im Direktvergleich. Ich glaube, zum Opinel an sich muss ich auch nicht viel sagen, oder? Ne, also, was soll ich da groß zu sagen? Also, was ich dazu sagen könnte, wisst ihr selber schon. Ist ein tolles Messer, ist ein Klassiker. Ja, zeitlos. Hatte ich damals als Jugendlicher schon Opinels und so. Habe sie dann damals dauernd verloren, weil ich da nicht so drauf Acht gegeben habe. Ja, und im örtlichen Messerladen, wie gesagt, ein Zehner. Ja, deswegen. Ja, und hier mal den Direktvergleich. Nur die Verriegelung, alles andere. Ja, ist komplett anders optisch. Klinge, Greff, Materialien. Ja, so. So, jetzt wird es hier langsam eng. Wie mache ich das jetzt? Die kriege ich hier noch drauf. Kommen wir direkt zum nächsten Messer. Und zwar auch ein... Ah, ne, warte, hier habe ich noch ein Opinel. Und zwar das hier. Das ist ein Nummer 2. Lila. Hat natürlich auch Holzgriff, Holz gefärbt. Das habe ich mal von meiner Freundin zu Weihnachten als Beigabe, als kleines Gimmick mit dazu bekommen. Auch sauscharf, da muss man tierisch aufpassen. Richtig cooles Messerchen auf jeden Fall. Ja, wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Gehört halt dazu. Ist ein Messer mit Holzgriff. So, wo packe ich das denn jetzt hin? Jetzt wird es hier langsam echt eng. So, aber zwei sind es noch. Dann sind wir auch schon durch. Und hier kommt auch wieder ein Klassiker. Ja, das Victorinox Hiker mit Holzgriffschalen. Ich mag das Messer, habe ich sehr gerne dabei, sehr oft dabei. Was ich hier cool finde, hier ist ein Schraubendreherbrei und nicht wie bei anderen Modellen hier den Kurkenzieher. Den brauche ich nicht, ich trinke keinen Wein. So, ich hatte sogar schon überlegt, hier auf dem auch so einen Schraubendreher drauf zu machen. Fände ich auch da praktischer. Weil bei dem hier gefällt es mir zum Beispiel besser, dass hier noch eine Schere mit drin ist. Ist hier nicht bei. Die haben wir nur eine Säge und so. Aber, ja, Messer mit Holzgriffen, darum geht es. So, das wäre das hier. Brauche ich auch nicht viel zu sagen. Wir kennen es alle. Funktionen sind hier kleines Messer, großes Messer, Flaschenöffner, Dosenöffner, Kreuz-Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher und eine Säge. Ah ja, und hier noch die Ahle. So, das sind halt die Funktionen bei dem Modell. Und es ist ausreichend, passt bisher. Kann man nichts sagen. So, ich weiß nicht, was schläge ich jetzt einfach hier so mit drauf. Fertig. So, letzte Messer. Ist ein bisschen Holz mit dran. Ich war auch erst mal kurz zu überlegen, soll ich das mit aufzählen oder nicht. Aber da Holz dran ist, okay, habe ich mir gedacht, zählt das auch mit auf. Und zwar hier so ein Herberts. Ihr seht es hier, mit Holzinlay gemacht. Sehr schön. Habe ich mal gesehen im Internet. Fand es irgendwie cool. Ich weiß nicht, war auch sehr günstig. Da habe ich gedacht, ja komm. Hatte ich auch bisher einmal. Das ist so ein kleines Messer, was man so als Backup irgendwie mal noch extra mit dazu tun kann. In irgendeiner Pouch. Nimmt keinen Platz weg so wirklich. Ist schmal. Einen Clip fand ich auch ziemlich cool. Deswegen, keine Ahnung, wie es heißt. Ich weiß es nicht. Herberts, irgendwas. Ne, gut. So, damit wären wir durch. Das sind meine Messer mit Holzgriffschalen, die ich aktuell so habe. Wie gesagt, ich hatte mal ein paar mehr. Das ist der Rest, der übrig geblieben ist. Obwohl, ich muss echt sagen, Holz ist schon ganz schick. Also gefällt mir auch wirklich gut als Griffmaterial von der Optik her, von der Haptik her und so. Manchmal ist mir das Holz aber ein bisschen zu glatt. Und nachdem, wie dann die Griffform ist. Ich hatte das bei dem, jetzt ist mir wieder eingefallen, Montes 2. Joker Montes 2, was mir eben nicht eingefallen ist. Ein sehr, sehr schönes Messer. Hat mich richtig begeistert. Aber der Griff, der war mir einfach viel zu glatt. Wenn er was rauer gewesen wäre. Absolut. Ja, aber so, das war so dermaßen glatt. Hat mir dann leider nicht so zugesagt. Deswegen habe ich das dann nachher verkauft. So, aber, ja. Es gibt super schöne Messer mit super schönen Holzgriffen und so. Keine Frage. Aber für mich ist das auch eher eigentlich so eher im Buschkraft-Outdoor-Bereich angesiedelt. Ich weiß nicht warum. Es ist für mich einfach so. Messer mit Holzgriffen sehe ich eher im Outdoor-Bereich. Abgesehen von dem hier. Das habe ich auch schon öfters als Urban-EDC dabei. Aber da liegt es hauptsächlich an den Funktionen. Und weil es von den Farbgebungen her sehr schön zu meinem restlichen EDC dann passt. Je nachdem was ich für ein Messer dabei habe und so. Aber auch hier die Griffschalen werden nichts ausgetauscht. Weil, ich weiß nicht, ich habe das in einem der letzten Videos schon mal gezeigt. Irgendwo sieht man es. Da ist ein Riss drin. Das heißt, die werde ich austauschen. Ich habe auch schon andere gefunden. Mal gucken, ob ich mir die dann schlussendlich auch zulege und die hier drauf mache. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Ich habe mich da noch nicht entschieden. Ich habe da so zwei, drei verschiedene Sachen auf meiner Liste stehen. Auch hier, die werde ich höchstwahrscheinlich austauschen. Da kommen auch neue drauf. Und ja, na gut. Alles klar. Ja, das war meine VA für Stefan vom YouTube-Kanal Stefan123321. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stefan, falls du dieses Video anschaust. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, jeder kann hier mitmachen. Wer ein Messer mit Holzgriffschalen hat, kann gerne bei dieser VA mitmachen. Ich denke mal, das wird den Stefan freuen. Checkt auch mal seinen YouTube-Kanal ab. Stellt auch immer sehr coole Messer vor. Das war es von meiner Seite auch. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, Daumen nach oben da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.